In der heutigen Ausgabe widmen wir uns einem spannenden Thema, dem Wasserstoffmarkt und einem deutschen Unternehmen, das in diesem Sektor erhebliche Fortschritte macht, der 2G Energy AG. Die 2G Energy AG, ansässig in Hieg, nahe Münster, hat sich zu einem weltweit führenden Anbieter von Blockheizkraftwerken entwickelt. Diese Anlagen, die mit Erdgas, Biogas und Wasserstoff betrieben werden können, bieten eine zuverlässige Energieerzeugung und haben gegenüber Solar- und Windenergie den Vorteil, dass sie eine konstante Grundlast liefern können. Analysten prognostizieren für die kommenden Jahre eine deutliche Beschleunigung im Wachstumstempo von 2G Energy. Nach einem Umsatzwachstum von rund 10% im Jahr 2023 wird erwartet, dass sich die Wachstumsrate in den folgenden zwei Jahren verdoppelt, mit einem noch stärkeren Anstieg beim Gewinn pro Aktie. Wenn Sie neben unseren News an weiteren Aktien interessiert sind, dann schauen Sie ganz unten in der Videobeschreibung nach. Dort finden Sie den Link zu unserer Aktie des Monats. Ein neuer Geschäftszweig, der ab dem Jahr 2024 für zusätzlichen Schwung sorgen soll, ist der Bereich der Großwärmepumpen. Mit der Übernahme des niederländischen Spezialisten Energy Tech, der bereits hunderte von Wärmepumpenprojekten realisiert hat, stärkt 2G Energy sein Portfolio in diesem Bereich. Diese strategische Erweiterung verspricht, den Umsatz signifikant anzukurbeln, insbesondere durch die Expansion in größere Märkte wie Deutschland, Frankreich und Großbritannien. Trotz der Herausforderungen, denen sich der Sektor der erneuerbaren Energien und insbesondere Wasserstoffaktien in den letzten Jahren gegenüber sah, hat sich die Aktie von 2G Energy relativ gut gehalten und zeigt nun Potenzial für eine neue Aufwärtsbewegung. Die aktuelle Bewertung der Aktie erscheint angesichts der positiven Wachstumsaussichten besonders attraktiv, mit einem Börsenwert, der gerade einmal dem 1,1-fachen des für 2024 erwarteten Umsatzes entspricht. Dies bietet eine interessante Gelegenheit für Anleger, die auf der Suche nach Unternehmen mit solidem Wachstumspotenzial und einer günstigen Bewertung im Bereich der erneuerbaren Energien sind. Bleiben Sie dran für weitere Updates und Analysen.